Hey Daniel. Hi Daniel. So, und hier haben wir Jutta. Die Regisseurin der Apokalypse. Ja, super. Mit der gefundenen Kamera nimmt sie alle unsere Sachen auf. Und hält das für die Nachwelt fest, die wahrscheinlich gar nicht mehr existiert. Jutta, sag doch mal Matthias zu deinem Meisterwerk. Du musst ja jetzt hier mal irgendwas für das Making-of... Ja, ich weiß nicht, wenn das Zeug löscht. Das ist natürlich blöd. Ja, schade. Er hier ist irgendwie der neue Besitzer der Kamera. Das ist Marc. Ganz hilfreich, wenn du eine Kamera gewonnen hast. Ja, genau. Wir hatten ja zur Auswahl eine automatische Maschine und eine Kamera. Sie haben die Kamera gewonnen. Wir sind hier in dem Kino, oder? Ist das ein Porno? Ein Hammer, oder? Ich hab keine Ahnung. Das könntest du wirklich sein, weil da könntest du die Leinwand dran sein. Und da oben sind auch Löcher drin, ne? Guck, ziegst du hier rein, da oben sind wirklich Löcher für die Kameras. Ja, natürlich. Ich bin völlig fertig. Und das war's auch mit unserem kurzen Beitrag zur Apokalypse. Ich hoffe, Sie kommen gut durch den Zombiesturm. Zumal die Töckchen. War die Töckchen. Vielen Dank.